Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ormsebus Simulation 2. Ja, heute befinden wir uns auf die Karte Köln und fahren mit dem Streck mit der Linie 132 von Prinzlauer Platz, na, Frankenstraße. Ja, wir fahren auch gleich mit dieser Kölner Stadtbus-Gelenk. An den paar Minuten ist sowieso gleich abwarten. Wir müssen uns das letzte Mal anmelden und den Bus fertig machen. Elektronik an. Und wir brauchen... Das war dann nochmal. Ja, okay. Wir brauchen die... Hier. 135.06. Frankenstraße. Jo. Jo. Und die 6 Morde. 1, 2, 2. 0, 0. Nochmal. Und die 0,6 Morde. Jo. So sieht das dann aus. so es geht gleich los und wir machen mal die bus klar alles leidert aufgeste an damit ich sag Punk irgendwie, Punk oder so aus. Wunderbar. Jetzt muss ich mal schauen wo ich alles rauskomme. Hallo. Jodentag. Jodentag. Wir machen hier Pause, dann gehts weiter. So, weiter gehts. Okay, das ist weiter. So, dann mal los. Tür zu. Ich bin einfach seit lange nicht mehr um sie gefahren. Habe ich nicht als euch gesehen. Das war ja die Stoßschwette, aber ist nicht mehr. Wir fahren jetzt in der Tonne rein. Das ist der Rotgeld. Oh ja, es liegt ja nicht. Okay. Alter. Es liegt an ihm. Einen Tonne. Oh, das ist gut. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Vorsichtig beim Aussteigen. Das war's für heute. 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 Liebe Fahrgäste, aufgrund von Verkehrsblockaden... Gut, jetzt. Jetzt geht's weiter. Okay. 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 Das ist ein Kollege. Das war's. Nächste Halterstelle. Severinstraße. Umsteigmöglichkeit zur Stadtbahn. Keiner Schild. Keiner Börs. Dann geht's weiter. Nächste Halterstelle. Rosenstraße. Oh Gott. Das wird jetzt lustig. Oder die haben hier ein bisschen besser gearbeitet. Schild. 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 Okay. Hallo. Was ist wirklich mal da jetzt schließen? Die zweite Haltestelle. Severinskirche. Hallo. Nächste Halterstelle. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Wir müssen leider jetzt einen kleinen Umweg fahren. Wir müssen 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 jetzt einen kleinen Umweg fahren. Jetzt sind wir wieder auf kurz. Wir müssen jetzt einen kleinen Umweg fahren. 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 Wir müssen jetzt einen kleinen Umweg fahren.